Was wäre, wenn Skywars nicht so, sondern so aussehen würde und das zudem wird? Und damit willkommen zum weiteren Video auf meinem Kanal, Freunde. Und was ist das bitte für ein Crazy Pack? Wir spielen hier heute Skywars ohne Texturen. Ich sehe nichts, ich weiß nicht. Okay, das ist ein Schwert. Aha. Let's go in die Mitte. Und... Jawohl. Oh. Ey, man sieht echt gar nichts. Bitte ein Schwert. Irgendwo ein Schwert. Wir haben kein Schwert, Freunde. Ja, wie ihr sehen könnt, Freunde, sehen wir weder Herzen, noch Rüstung, noch irgendwelche Items. Außer halt, wenn irgendwas viereckig ist, dass es ein Block ist. Und das war es eigentlich. Wir wissen gar nichts. Ich weiß nicht mal, ob ich hier irgendwo ein Schwert in meinem Inventar habe. Ich weiß gar nichts. Und unser Ziel heute ist es, einen Win zu holen. Und wenn ihr euch jetzt denkt, oh, Feuerstein, die Challenge ist doch so easy. Dann, Freunde, ist ein Link zum Pack in der Videobeschreibung und versucht es mal selber. Und taggt mich auf Twitter oder sowas mit der Resource Pack Challenge. Die ist wirklich so hart schwierig, ja. Ich bin jetzt schon ein bisschen länger dabei. Hab mir das Pack jetzt, glaube ich, 10 Minuten vor der Aufnahme angeschaut. Und es ist wirklich, wirklich crazy schwierig. Okay, hier auf Avenue müsste es ja ein bisschen leichter sein, einen Kill zu machen. Zumindest können wir ihn hier mal holen. Ich weiß halt auch nicht, wie viele Herzen wir haben. Das ist das Problem. Goldapfel mal zur Sicherheit essen. Er sieht sehr, sehr schön weiß aus. Lol, wir haben zwei Goldapfel sogar. Okay, okay, okay. Rüber zu ihm und... Jawohl. Come on. Nice. Da haben wir auch schon den nächsten. Und... Oh. Oh. Ey, Freunde. Oh. Big. Come on. Jawohl. Ey. Oh mein Gott, Freunde. Es läuft ultra gut schon direkt. Was? Nein. Er hat Hunde. Die Hunde sehen übelst cursed aus. Oh mein Gott. Was? Wir machen es jetzt einfach. Wir gehen jetzt einfach drauf. Let's go. Zack. Ja. Ja. Come on. Come on. Ist es der erste Win? Ja. Wait. Es lebt noch jemand. Was? Okay. Oh mein Gott. Okay. Direkt mal die erste Runde gewonnen. Was? Wir haben vier Kipps? Okay. Wow. Wow. Krass. Ah. Den Kill kriegen wir, wenn er runterfällt. Hashtag. Oh was? Was? Ne. Okay, Freunde. Und ich versuche mir jetzt irgendwie ein Diamant-Schwert zu machen. Okay. Die Diamanten werden weniger. Wo sind Sticks? 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 Aha. Zack. Sharpness. Oh, das ist gut. Master Memory und so. Und? Gun. Gun. Nein. Da ist noch einer. Nein. So nicht, mein Freund. Und? Oh, seht ihr? Ist da unten. Das shaked. Er kommt. Er kommt. Es kommt jemand. Es kommt jemand. Es kommt jemand. Nein. Ich finde echt, das Allerschwierigste ist, dass... Ich finde, das Allerschwierigste ist, dass man nicht sieht, wie viele Herz man hat. Das ist wirklich so schwierig. Weil im Fight kann man ja dann nicht wissen, okay, sollte ich jetzt wegrennen? Sollte ich jetzt geppen? Sollte ich ihn jetzt rot-spam? Jawohl. Ah, wir haben Schneebel. Das habe ich voll vergessen. Er ist runter. Oh mein Gott. Come on. Gun. Gun. Jawohl. Aha. Übeltäter. Können wir ihn holen? Er rottet uns. Nein. Aber nicht mit uns, mein Freund. Nicht mit uns. Ich habe nämlich hier das No-Texture-Texture-Pack. Yeah. Du weißt Bescheid. Und? Zack, zack. Bam. Bub, blub, bam. Zack. Und weg ist er. Ja. Nice. Und? Ist er unten? Ui. Aha. Oh nein. Oh nein. Nix. Nix. Nein. Bro. Zack. Oh. Er will den bösen Epic Fight. Kriegt er. Kriegt er gerne. Oh. Schön. Big Combo. Und? Jawohl. Boah. Was eine Ausfall an Items, Leute. Guckt mal, wie OP wir equipped sind. Zack. Flop. Weg. Is er. Nice, Alter. Nice. Aha. Er kommt auch noch. Aber du bist mein Kind, mein Freund. Und da haben wir ihn auch noch. Ey, Freunde. Kommt doch alle her. Oh, dann können wir clean, Freunde. Und wenn wir das haben, dann können wir eigentlich auch dem Video einen Abschluss geben. Dennoch haben wir Ultra 4 gewinnen. Nice. Come on. Oh, böse. Böse gekleint. 4 Kills mal wieder ohne Tech-Shop-Back. Und damit würde ich sagen, Freunde, war es das mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt es am besten in die Kommentare. Schlagt mir ruhig noch andere Challenges vor. Und nicht vergessen, folgt mir auf Twitch. Und auf Twitter und damit würde ich sagen, haut rein und ciao, ciao.